In diesem Video stellen wir Ihnen kurz unsere neuen optionalen Infrarot-Nachtsichtlampen vor. Das Videomaterial wurde mit der Full HD Outdoor Überwachungskamera erstellt, welche Sie unter der Artikelnummer 3040 in unserem Shop unter alarm.de finden können. Zuerst sehen Sie den Infrarotstrahler mit einer 940 Nanometer Infrarot-LED. Den Infrarotstrahler finden Sie unter der Artikelnummer 3072 in unserem Shop unter alarm.de. Die LED-Lampe besitzt nur eine Stromaufnahme von bis zu 10 Watt. Der Strahler wird direkt an 230 Volt angeklemmt und ist durch sein wasserfestes Gehäuse für den Außeneinsatz gedacht. Nun sehen Sie die Infrarot-Tischlampe mit einer 850 Nanometer Infrarot-LED. Die Infrarot-Tischlampe finden Sie unter der Artikelnummer 3071 in unserem Shop unter alarm.de. Die Tischlampe besitzt eine Optik und das Licht lässt sich somit zu einem Kegel bündeln. Die Stromversorgung verfolgt über ein handelsübliches USB-Netzteil. Als Alternative erhalten Sie die Tischlampe auch in weiß mit einem Standfuß. Folgen Sie dem Link aus der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de.